ARD Text im Auftrag von Funk Das ist vorteilhaft, ja? Ja Ich weiß nicht, was der da schon wieder angestellt hat Schon schade Einer ist noch Na? Wollst du den? Ich würde mal teilen, wenn du Bock hast Gerne Also willst du? Mir egal Nimm die Danke, bitte Irrenhaft Kein Ding Ähm Was wollen wir machen? Ich habe tatsächlich noch ein paar Gänze bei Soll ich dir die mal zeigen? Ja, was hast du denn bei? Schach Halt mal kurz Okay, Rinnen im Maß Was ist das hier? Ja, mach Jetzt nicht so grob hier Bock auf Nee Lass mal Ich nehm weiß Okay Weiß beginnt Schwarz gewinnt Ja Ah übrigens, weil ich dir noch fragen wollte Wollen wir gleich ins Kino? Können wir machen Okay, das stimmt Dann müssen wir uns aber beeilen mit der Partie Weil gleich kommt der Bus Ja, dann kommt der Spät haben wir es Hast du dein Handy hier? Ja, ja Warte Hier Wie spät ist das? Ah 12.40 12.40 Ja, der Bus kommt glaube ich oben Oh, dann müssen wir uns aber echt beeilen Dann muss ich dich schnell besiegen So Okay, komm Los geht's Fang an Ah, ich glaube die müssen getauscht werden Ähm Ab geht er, der Peter Schach Oh mein Gott Nun setze ich die Dame Du hast verloren So ein Mist Junge Ja, bist halt scheiße Ich dachte Weiß beginnt, schwarz gewinnt Ja, dachtest du? Mann, Junge, ich hasse Jeremy Der hat gesagt Weiß beginnt, schwarz gewinnt Das war wohl doch nicht so Ja Der hat mir das scheiße erzählt Glaube ich auch Okay, komm, beeil dich, der Bus kommt Ja, chill Mach schnell Ich denke nur beim Handy, ich räume schon mal ein Okay Wollen wir hier liegen lassen? Ja, komm Scheiß drauf Komm, bitte Ja, weiß nicht Komm Wie sagst du, was hältst du so von Mülltrennung? Nee, scheiß drauf Okay, komm Okay, da Let's go Das Ding ist schon 12.50 Der Scheißchen ausgeht Hier kann der Bus Ja, Simon muss, mein Geil Ich hab keinen Geil Schnell weg hier Geh, geh, lauf Auf 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 Hier ist mein Geil Bis morgen, Simon Du musst alleine wieder Komm, du Knäsch Bis morgen Bis morgen Ah Ah Was machst du denn hier? Junge Alter Was ist denn mit dir falsch? Der hat mir ein paar auf die Fresse gegeben, weil du mir nicht geholfen hast Ja, ich hatte selber Angst Du bist ja auch ein kleiner Schisser Ja, Junge Nur weil er dir jetzt die Nase gebrochen hat Ja, hat er So was Musst du es mir nicht auch antun Meine Brille ist auch kaputt Nein, ist sie nicht Du bist einfach nur lost Was für? Du bist lost Nein Du bist nicht geholfen hast Junge Du bist ein Arschloch Jetzt guck dir meine Karten an Die sind kaputt Ja, das ist nicht cool So wie du Du bist kaputt Nee Guck dir mal deine Nase an, Alter Die ist ja auch kaputt Junge Jetzt auch noch eine Runde Schach, dass du dich beruhigen kannst, du Schisser Ich hab nicht gerne noch einen Scheisschappen Ja, okay Wie ist das scheiße, Alter Spast, Alter Ja, okay Das ist schon Nepal Ja, okay Ich hab nicht geholfenbased